So, ich musste gerade hier den Kopf schütteln, weil Leute mich angeschrieben haben, ob ich jetzt der Bodyguard von Bushido bin. Rap-tastig, was macht ihr da? Das sind nur Gerüche. Fake News, Fake News, Mann. Der Manager von Haftbefehl, Erfan, Manuel, was macht ihr da? Ich bin nassig mit der Sturmhaube beim Gericht. Ich muss da nicht mitgehen. Bushido, Enes Yusuf, Mohamed Ferchichi hat die Besten. Das sind die Personenschützer vom LKH-Abteilung Individualgefährder und wir machen einen Top-Shop. Da braucht er den kleinen Kurt auch nicht. Oder war ich das doch? Hat man mich da doch erkannt? Also, wenn ich mich verkleide, dann nur mit einem Batman-Kostüm. Also, ich war das nicht. Also, ich hoffe, das Gerücht ist jetzt erklärt. Das ist nur ein Gerücht. Ich war das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin gar nicht in Berlin. Ich bin im Ausland und muss hier auf eine Schutzperson aufpassen. Also, Peace und Respect for all cultures.